Ich glaube, ich habe sie gefunden. Ich glaube, sie müsste das sein, weil sie die ganze Zeit sehr schnell hin und her läuft. Alles klar, wir haben sie gefunden. Hallo! Draak! Wo seid ihr? Oh, was soll ich nur tun? Das ist alles meine Schuld. Kann ich euch helfen? Allerdings bin ich sehr in Eile. Ich muss seine Exzellenz finden. Die Lieblingsexe ihrer Majestät. Wie bitte? Ob ich die Dienerin Ranija bin, der die Exe ihrer Majestät ist? Ja, das bin ich. Was wollt ihr von mir? Ihr wollt mir bei der Suche nach seiner Exzellenz helfen? Oh, das ist wunderbar. Ich danke euch. Ihr sucht gerade diesen Bereich hier ab. Es wäre wunderbar, wenn ihr an einer anderen Stelle weitermachen könntet. Lärm kann eher nicht ausstehen. Deshalb versteckt ihr sich gerne an Stellen, wo es keine lauten Menschen gibt. Wenn ihr einen Ort findet, macht ihn, macht am besten. Krach, vielleicht erschreckt er sich und kommt aus einem Versteck. Ich kann euch gar nicht genug dafür danken, dass ihr mich bei der Suche unterstützt. Ihr seid wirklich nett. Das heißt erstmal... Ist der jetzt hier? Irgendwo? Wahrscheinlich. Giga-Stahl-Schild, Giga-Stahl-Helm, Giga-Stahl-Rüstung, Giga-Stahl-Handschuhe, Giegel... Okay, die ganzen Giga-Stahl-Stahl-Sachen. Krass. Vielleicht irgendwo hier? Wie mache ich denn Krach? Da komme ich nicht hin. Ich muss ja wahrscheinlich irgendwo in diesem Gebäude sein. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe die Bibliothek gefunden. Wenn ich hier nichts finde, dann weiß ich aber auch nicht. Okay, hier gibt es nichts. Oder? Okay. In einem Buch im Quatsch Mahal hast du gelesen, dass du unbedingt mal jemand den legendären Bauchtanzlehrer in den Ilugaza-Ebenen aufsuchen sollte. Er sieht offenbar ziemlich schmuck aus. Eine Quest habe ich hier bekommen. Lol, das geht auch. Okay. Das ist aber echt Zufall. Soldatenwirt. Vielleicht gibt es hier wieder eine Quest. Nein, ich habe den Salud gelernt. Eine neue Geste. Nice. Keine interessanten Bücher. Titel. Waffen der Sterblichen. Das könnte vielleicht... Ah, neue Rezepte werden. Kriegerschwert. Edgeflirt. Sandsturmspeer. Hellbade. Schlafstock. Und Hammerhandsbohrer. Hellbade ist definitiv eine Kampfkabel. Okay. Wurfwaffenherstellung. Leicht gemacht. Waldläufer. Okay. Versteckten Bumerang. Ein Zwiespaltbummerang. Und ein... Großer Rang. Langbogen. Ein Jägerbogen. Und ein wilderer Bogen. Nice. Bezauber... Bezauber... Äh... Bezaubernde Verzauberungen. Rezept für verzauberten Schild. Verzauberte Rüstung. Verzauberte Roben. Verzauberte Fäustlinge. Verzauberte Steine. Alter Falter. Äh... Eigentlich wollte ich das nicht. Danke. Ich suche... Ach, die Echse. Mal schauen, wo die ist. Vielleicht lässt sie mich hier durch. Dies ist das private Badezimmer der Königin Saludna. Hinter der Tür sind Stimmen zu hören. Eure Hoheit, ihr seid noch schöner geworden. Eure Allmund blendet mich wie die Strahlen der höchsten Sonne. Unsere Königin genießt ihre Tage mit Bädern im Wasser und Komplimenten. Und ihr dürft natürlich nicht eintreten. Okay. Dann suche ich halt weiter. Äh... Wo könnte diese Exa-Volt sein? Muss ich hier paar Leute ansprechen? Vielleicht haben die irgendwas gehört oder gesehen. Das ist das private Zimmer der Majestät. Es hat einen Großteil unsere Grundwasserreserven verschluckt. Wenn wir die Situation keinen Einhalt gebieten, werden wir schon bald unter einer Dürre leiden. Okay, ne. Das ist mir gerade auch nicht weiter. Was sagt sie jetzt eigentlich? Okay, wo es keine lauten Menschen gibt. Entweder ist sie hier unten... Oder in der Stadt verteilt. Was anderes könnte ich mir gar nicht vorstellen. Oh, keine lauten Menschen. Ich bin mir gerade unsicher. Ob das immer noch... hier sein soll. Okay, das... Das war wohl nix. Wo komme ich denn jetzt dahin? Moment, Moment, Moment. So pflegt man Echsen ganz ohne zu hexen. Der Runde sieht es genau an. Es ist voll mit Ratschlägen, wie man seine Lieblingsecke am besten füttert, pflegt oder sonst wie glücklich macht. Ganz interessante Bücher zu geben. Hast du vielleicht was gesehen? Legende zu werden. Von demjenigen... Goldene Frucht ist Wünsche gewährt. Und die Frucht, die ihre Majestät geschenkt bekam, ähm... Ist eine Legende. Was rede ich denn da? Hast du irgendwas gesehen? Du sollst mir helfen und nicht sagen... Ah, ist... Hier könnte es sein. Weil hier ist nix los. Ich hoffe, das mit der Echse irgendwie nicht. Ist die noch in Quatschmahal? Oder ist er jetzt schon draußen in der Stadt? Oder muss ich irgendwo die Echse einfangen? Ich bin ein bisschen durcheinander. Du hörst mir eigentlich auch nicht weiter. Aber ich fühle mich, dass wir es innerhalb der Quatschmahal nicht finden werden. Okay, das ist schon mal eine andere Aussage. Das könnte vielleicht... sein, dass wir komplett raus müssen. Aus Wasaba und irgendwo anders hin müssen. Gibt es hier irgendwas Interessantes? Ja, die Person dort in der Mitte. Die will ich ansprechen, aber ich komme da halt nicht hin, ne? Dazu müssen wir die Audienz erstmal bekommen. Ich habe das Gefühl, dass wir irgendwo anders hin müssen. Nicht in der Stadt, sondern außerhalb der Stadt. Achso, ich komme gar nicht raus. Die Wüstenechse. Schöttigen Platz. Ich bezweifle, dass die irgendwo, dass die Ex irgendwo hier ist. Schauen wir mal. Wir haben ja hier... Oder was? Da haben wir noch eine Oase. Was war das denn jetzt? Okay, Schwertlurche. Bam. Sand? Ah, okay. Er kann jetzt, äh, die Augen versanden. Also, beziehungsweise Sand in den Augen schmeißen mit der neuen Waffe. Da kommt der Bumerang. Oh, Tote Stoß. Oh, der interessiert mich. Feenfreud steigert Angriffskraft, Abwehr und Odemresistenz. Naja. Naja. Nix zum angreifen. Nix zum angreifen. Warum kriegt man immer nur sowas? Ich möchte angreifen mit dieser Todes Zeug hier. Aber irgendwie wollen die nicht. Hier gibt es Stahl S-Stein. Brunnen, aber ne, der kann nix. Der kann nichts. Knapp. Flamme gibt. Ja, ist okay. Autsch. Jetzt kommt der Boom, 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 Boomerang. Ach, genau, ich wollte die Energiewulf mal ausprobieren. Oh, es geht. Yep, wundervoll. Schötenplatz. Also, es ist wirklich die Frage, ob derjenige, der Muld, irgendwo, ach, nicht Muld, sondern der, der, die Exe irgendwo drüber hier zu der Insel ist. Muss ja, ne? Ich glaube nicht, dass ich dazu komme. Energiewulf. Ja, wollte gerade sagen, dazu komme ich doch gerade gar nicht. Stufe 11. Drei Talentpunkte. und erlerne Geschick. Zelterin. Ah, ja. So sieht's also aus. Zelterin. Ich laufe jetzt mal hier runter. Müssen erst mal ohne Gegner. Oh nein, er hat mich gesehen. Boah. Warum sind die Gegner schneller als ich? Voll unfair. Suck. Suck. Nein, den bin ich, den bin ich nicht, du hast mich nicht gesehen, der hat mich nicht gesehen. Warum lässt du mich nicht in Ruhe? Ich finde nur diese blöde Echse, ich habe das Gefühl, dass sie irgendwo in der Höhe sind. Und dann wird ein Endboss kommen und blablabla, eigentlich immer wie immer. Und dann bekommt man die Audienz. Und vielleicht bekommt man dann die Verrügge. Geil, jetzt hat er ausgewichen. Das war nicht schön. Der weicht, der bloppt auch alles ab gerade, ne? Ja, was war's? Was ist hier? Nein, du hast mich nicht gesehen, du hast mich nicht gesehen, du hast mich nicht gesehen. Ist das eine Kacke mit diesen Schwertermuls. Warum sind die denn so schnell? Ja, so langsam machen wir ein bisschen mehr Schaden. Aber wenn wir halt auf dem gleichen Level sind, dann wird es bestimmt interessant. Eisenhelm, einfach so. Geil. Hier hinten ist nichts. Nichts. Komm, wir bekämpfen das jetzt auch mal. Dann sehen wir das auch mal in Aktion. So ein... Krafthammer. Ja, das war's wohl.